Musik Bevor so langsam der Winter einbricht, bietet Petrus uns morgen noch einmal einen kühlen, nassen, herzlichen Tag. Noch einmal heißt es, Regenschirme raus. Musik Das RTF1 Wetter präsentiert von Prinzess. Seit 40 Jahren, Ihr Baby-Ausstatter. Am Mittwoch beginnt es bereits vormittags zu regnen. Der Regen hält bis in die frühen Abendstunden an. Zum Abend hin setzt er kurz aus, bevor es dann in der Nacht zu leichten Schneefällen kommen kann. Die Temperaturen bewegen sich zwischen minus 1 und 3 Grad. Am Donnerstag kommt es zu den ersten ausgiebigen Schneefällen. Vor allem in der Nacht auf Freitag fällt eine beträchtliche Menge Schnee bei Temperaturen von minus 2 Grad. Der Freitag beginnt und endet neblig bei leichtem Schneefall und minus 3 Grad. Samstag kommt die Sonne für ein paar Stunden raus, dann zieht der Himmel allerdings wieder zu. Das RTF1 Wetter präsentiert von Prinzess. 40 Jahre, ein Leben für Kinder. Absperrätzt von Prinzess. Elvis. apper Packung. Music. Gott presidente. We iPad. Wirklich.